Die Hessische Landesbahn begrüßt Sie, auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes RE9 nach Eltwille über Nächster Halt Frankfurt Höchst Ausstieg in Fahrtrichtung rechts RE9 nach Eltwille RE9 nach Eltwille Nächster Halt Mainz, Castell, bitte beachten Sie, dieser Zug hält nicht in Wiesbaden Hauptbahnhof. Zur Weiterfahrt nach Wiesbaden Hauptbahnhof steigen Sie bitte hier aus und nutzen die nachfolgenden Züge zur Weiterfahrt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts RE9 nach Eltwille RE9 nach Eltwille Nächster Halt Wiesbaden-Biebrich Ausstieg in Fahrtrichtung rechts RE9 nach Eltwille RE9 nach Eltwille Nächster Halt Wiesbaden-Schierstein Ausstieg in Fahrtrichtung rechts RE9 nach Eltwille RE9 nach Eltwille Nächster Halt Eltwille Nächster Halt Eltwille Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Hessische Landesbahn und der Rhein-Main Verkehrsverbund verabschieden sich von Ihnen und wünschen einen angenehmen Tag. Nächster Halt Wiesbaden-Schierstein Ausstieg in Fahrtrichtung links RE9 nach Eltwille Nächster Halt Wiesbaden-Schierstein Ausstieg in Fahrtrichtung links RE9 nach Frankfurt Hauptbahnhof Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Hessische Landesbahn und der Rhein-Main Verkehrsverbund verabschieden sich von Ihnen und wünschen einen angenehmen Tag. Shortly, we will arrive at Frankfurt Main Station, expected on track 7. This train ends here. We kindly ask all passengers to exit here. We thank you for your journey with HLB and wish you a pleasant day. Ausstieg in Fahrtrichtung links.